hallo und herzlich willkommen bei renas live heute zum 96 let's play der sims 4 ja beim letzten habt ihr gesehen wie toby und natia das erste mal sich getroffen haben ein baby gemacht haben wobei wir irgendwie jetzt halt nicht wissen ob sie schwanger ist oder nicht da sie nicht zu unserem haushalt gehört und sie bleibt über nacht und wir sind einfach mal gespannt was noch passieren wird viel spaß was schämt da bin schilie ist Das war's. Dimba? Dimba-combo. Ah, Laba. Seisgut Die macht sich hier voll selbstständig ey. So, eigentlich schlafen jetzt alle außer Julian und Marcel und Nadja, ähm, können wir ja nicht beeinflussen. Zusatzprüfung abgeschlossen. Na wunderbar, dann geht er wahrscheinlich jetzt ins Bett, oder? Ja. So, Nadja, seht ihr, ähm, sie ist immer noch wach und steht im Bad Dom rum. So, romantisch. Flirten. Nach Tag fragen. Hm? Oh. Su Su. Mwah. Parnaquab Doofa? Samba, heh. Mwah. Eh? Ähm. Fisch. Baby machen, wir drücken es einfach nochmal an. Ehm, ja, dann frag ihr doch auch. Oh. Ähm. Zeus wach. Besser auch, die geht jetzt Schaumbad nehmen. Oh. Ähm. Ja, dann geh doch auch. Ja, dann geh doch auch. Aufräumen. Su. Ja, sie ist schwanger, sie geht erbrechen Mehr Auswahl, romantisch Flirten Oh, jetzt Ewege Liebe erklären Um Heiratsantrag machen Verwenden Öffnen Kochen Wir kochen Spaghetti in Partygröße Ja Na, ah, 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 ah. Bele salve. Was ist das? Total süß Tobi hat sich soeben mit Nadja verlobt Oh, was trinkt? Joghurt Somit wäre Tobi nun verlobt Ah, die liegt da noch im Bett und schläft Okay Ich dachte gerade schon So, danach geht er zu ihr ins Bett Und macht ein Dickerchen So 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 Verwenden, aufwischen, öffnen, ein Gericht nehmen, öffnen, 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 öffnen. Geht das nicht? Mmh. Was ist das? Was ist das? Oh! Hahaha! Hahaha! Haha! Oh! Hahaha! 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 Ähm, wie sieht das aus mit Arbeiten? Okay. Lena hat heute frei. Yannick, Sommer-Einlagen hier abzuhängen. Haha. Hahaha. Hahahaha! Wann wir nicht? Wann wir nicht? Wann wir nicht? Wann wir nicht? so und ich würde sagen jetzt wo wir auch noch zusätzlichen besuch bekommen mache ich hier mal einen cut und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei wenn dann auch noch zehn leute hier in dem haushalt zugange sind also zwei gäste und die 18 die wir sowieso spielen und ich hoffe es hat euch gefallen bisher und bis zum nächsten mal tschüss